Herzlich Willkommen zu einem neuen Lost Places. Heute kommt die alte Gärtnerei und ihr seid dabei. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei diesen Lost Places. Bis zum nächsten Mal. 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 schein ich hoffe dieses video hat euch trotzdem sehr gefallen auch wenn jetzt hier nicht sehr sehr viel zu sehen war außer eben halt zerstörte gewächshäuser noch ein paar einzelne andere ich hoffe ihr seid auch bei den nächsten videos dabei dann schaltet doch ein ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen tag und alles gute bis dahin euer